Hallo meine Freunde und ihr seht schon was wir heute spielen The Walking Dead Season 2 Ja, wir spielen ähm, nein danke Und wir legen uns direkt ins Gefecht Ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem Spiel Und let's go Gut, wir beginnen natürlich mit Chapter 1 All that remains Little skits Sofort by The Walking Dead Sie sind 1 Ja, da hat er ihr Schießen beigebracht Und da wurde Liegebiss Und da wurde Liegebiss Ja, genau deswegen Boots Es war so traurig Ja, da war Okay Los geht's mit Season 2 In the Walking Dead Telltale series Oh Oh Clemtown Episode 1 All that remains Ah ja Nur noch im Voraus Das Ganze ist komplett blind Ich weiß nicht, wie es diesen 2 ist Bis jetzt hab ich nur Season 1 bei den Gesten gesehen Und Und So So Ich will es mal kurz gucken, ob wir hier irgendwo Ah, doch So Jetzt habt ihr auch die Untertitel die r auch klar dass meine Hunde jetzt wieder stellen muss auf uns drin ist safe ein zombie oder irgendwas ist hier drin oh wir haben ne knarre okay frag mich wann ah jetzt können wir uns bewegen aufmachen okay nichts drin ich sag in der letzten im letzten ist was so ich öffne mal die letzte okay wo es bleibt ich sehe da schon irgendwas ich hab da irgendwas gesehen oh gott da ist was drin ich hab's gesehen ich hab's gesehen welche hände ein hasen das sinkt ist übrigens die spüle beziehungsweise das waschbecken das bild schwenk nur niemals die Waffe zur Seite legen würde ich nicht machen ja, sie nimmt mit Fetzen drei nicht zu sitzen oh, da ist unser Klim nein, geh nicht hinterher nimm doch die Waffe nimm sie, nimm sie, nimm die Waffe äh, dann ist sie in der letzten bingo das war nimm die Knache, nimm die Knache nein das machst du, klem, klem, klem ah, sie versteckt sich, okay lass die Waffe liegen, das ist meine das ist meine lass die Waffe liegen, lass die Scheiße nein, 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 ruhig ruhig, ruhig st st sch Du und da mensch. Ich hab keine Ahnung. Das ist allo. Ich. Ich. Nicht mich töten. Nein. Der ist von Lee. Das ist meiner. Müll, müll, müll. Bitte. Oh ja. Hilf mir. Hilf mir. Alles okay, mein Hund. Was? Okay, sie hat nicht getroffen. Warte mal. Nein. Ja, ist okay, mein Hund. Ich. Nein. Was? Wieso? Du Kleine. Ja. Los, erschieß sie. Ja. Schieß sie. Ja. Oh mein, nein. Es trifft immer die Besten. Schade. Okay, Leute. Und ich würde sagen, das war's dann mal mit dem ersten Part von The Walking Dead Season 2. Wenn ihr mehr von dem, von dem Let's Play, sag ich mal, sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.